Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Im Anschluss erkläre ich, welche Karte heute für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit In diesen Tagen finden wunderbare Transite statt, die ein persönliches Wachstum ermöglichen. Emotionales Material, das ignoriert oder verdrängt wurde, könnte hochkommen. Um diese Art des Erwachens zu bewältigen, ist es wichtig, körperlich aktiv zu bleiben, damit die mentale Energie Sie nicht dominiert. Wenn Sie sich mindestens dreimal pro Woche zu einer Art von Aerobikübung verpflichten, wird Ihnen das unermesslich helfen. Viel Wasser zu trinken wird Ihnen ebenfalls helfen, die Giftstoffe auszuspülen, sowohl physisch als auch symbolisch. Karriere Gönnen Sie Ihrem Geist eine Auszeit von der Arbeit. Sie haben sich eine mentale Pause verdient. Selbst wenn Sie heute bei der Arbeit sind, sollten Sie viele Pausen einlegen und versuchen, sich nicht zu sehr emotional in die Arbeit zu vertiefen. Schaffen Sie eine mentale Trennung, um sich zu schützen. Liebe In der Liebesabteilung könnten die Dinge heute ein wenig seltsam erscheinen. Es wird sich herausstellen, dass andere sich so verhalten, als kämen Sie von einem anderen Planeten und würden die irdische Ethik der Partnersuche einfach nicht verstehen. Und was bedeutet das für Sie? Amüsiert, entsetzt, skandaliert, verführt, überredet, erfreut und schließlich haben Sie die fantastischste Zeit Ihres Lebens. Seien Sie spontan und haben Sie einen schönen Tag. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Heute kann ein äußerst produktiver Tag werden. Eine wunderbare Energie zwischen dem Mond im anregenden Skorpion und Uranus ist perfekt für alle, die einen großen Stimmungsaufschwung brauchen. Selbst mit einigen schwereren Aspekten kann allein dieser Transit jeden Tag mit Freude und Licht aufhellen. Eine Opposition zwischen Uranus und Mond muss mit den Augen der Liebe betrachtet werden. Das kann bedeuten, dass sie noch einige Kämpfe zu bewältigen haben, aber ihre kreativen Möglichkeiten sind ihre ultimative Rettung. Dieses Gefühl wird durch eine geringfügige Verbindung zwischen Venus und dem Nordknoten des Schicksals sowie einen geringfügigen Aspekt zwischen Jupiter und Uranus noch verstärkt. Die Karte, die heute für Sie gezogen wurde, ist die Acht der Münze. Die Acht der Münzen ist eine Karte der Lehre und der Meisterschaft. Da diese Karte in Ihrer Deutung auftaucht, arbeiten Sie hart daran, das zu meistern, was Sie tun, und haben vielleicht vor kurzem Ihre Arbeit, Ihre Ausbildung oder Ihre finanziellen Verhältnisse geändert, um an dieser neuen Fähigkeit zu arbeiten. Sie sind fleißig und arbeiten hart, und Sie widmen sich voll und ganz dem, was im Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit steht. Indem Sie dieselbe Aufgabe immer und immer wieder erledigen, arbeiten Sie sich zur Meisterschaft Ihres Handwerks vor, und durch Ihre Beharrlichkeit und unerschütterliche Konzentration werden Sie Ihren Erfolg schmieden. Die Acht der Münzen könnte darauf hinweisen, dass Sie sich weiterbilden oder studieren müssen, um Ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Vielleicht beherrschen Sie bereits eine bestimmte Fähigkeit, wollen diese aber jetzt noch weiter ausbauen. Sie können zum Beispiel sehr gut zu Hause kochen, möchten sich aber jetzt auf die feine französische Küche konzentrieren. Sie wissen, dass Ihr Ziel ein umfangreiches Studium erfordert, aber Sie sind bereit, hart zu arbeiten und auf die Details zu achten. Sie wissen, dass Sie diese fortgeschrittenen Fähigkeiten nicht über Nacht erlernen werden. Im weiteren Sinne deutet die Acht der Münzen darauf hin, dass Sie an den Feinheiten Ihres Lebens arbeiten, um Ihre Situation kontinuierlich zu verbessern. Vielleicht sind Sie mit Ihrer derzeitigen Situation unzufrieden und wissen, dass Sie einige entscheidende Veränderungen vornehmen müssen, um Ihre allgemeine Zufriedenheit zu steigern. Diese Karte ist ein positives Zeichen für Ihr Engagement, diese Veränderungen vorzunehmen. Nutzen Sie die fleißige und gewissenhafte Energie, die in Ihrem Leben vorhanden ist. Die Acht der Münzen ermutigt Sie, das, was Sie tun, weiterzutun, denn es wird schließlich zum Erfolg führen. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen Sie Ihrem Ziel ein Stückchen näher, und auch wenn es vielleicht nicht so spürbar ist, wie Sie es sich wünschen, werden die sich entfaltenden Ereignisse Sie auf den richtigen Weg führen. Arbeiten Sie auch weiterhin an sich selbst und nehmen Sie laufend Verbesserungen und Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass Sie der beste Mensch sind, der Sie sein können. Wenn Sie diese Karte sehen und nicht aktiv Ihre Ziele verfolgen, fragen Sie sich, was Sie lernen oder schaffen könnten, um sich oder Ihre Umstände zu verbessern. Wenn Sie etwas Neues lernen, sehen Sie die Acht der Münzen als Bestätigung dafür, dass sich die Energie, die Sie in Ihre Entwicklung investieren, auch lohnen wird. Bleiben Sie dabei! In Ihrer Deutung zeigt die Acht der Münzen, dass Sie ein fleißiger und gewissenhafter Arbeiter sind. Sobald Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, setzen Sie sich voll ein und erzielen hervorragende Ergebnisse. Sie wissen, dass das richtige Umfeld zum Erfolg führen wird und streben nach einem Job oder einem Unternehmen, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll ausschöpfen und weiterentwickeln können, um Ihr maximales Potenzial zu erreichen. Möglicherweise absolvieren Sie eine Weiterbildung oder ein Studium, um Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in einem bestimmten Bereich zu verbessern. Der Kurs kann ein paar Jahre dauern, aber Sie haben keine Skrupel, in Ihre Ausbildung zu investieren. Während Sie studieren, werden Sie sich zweifellos auf Ihre Aufgaben konzentrieren und Zeit und Energie aufwenden, um sicherzustellen, dass Sie die bestmöglichen Noten erzielen. Je mehr Auszeichnungen und gute Noten Sie für Ihren Lebenslauf bekommen können, desto besser. Es wird potenziellen Arbeitgebern zeigen, dass Sie ein Überflieger sind, der bereit ist, hart zu arbeiten, also machen Sie weiter so. Wenn Sie berufstätig sind, werden Sie viele Möglichkeiten finden, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen, bei denen Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse wirklich zum Tragen kommen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, deutet die Acht der Münzen darauf hin, dass Sie bei Ihrer Suche sorgfältig vorgehen und sicherstellen müssen, dass Sie in Ihre Vorstellungsgespräche mit einem umfassenden Wissen über das Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, und die Branche insgesamt gehen. Vielleicht müssen Sie Ihrem zukünftigen Arbeitgeber beweisen, dass Sie bereit sind, im Job zu lernen und sich weiterzubilden. Es ist nie zu früh, um zu zeigen, dass Sie ein fleißiger und gewissenhafter Arbeiter sind. In finanzieller Hinsicht müssen Sie sich vielleicht vorerst mit einem Ausbildungsgehalt zufriedengeben, während Sie Ihre Fähigkeiten verbessern. Seien Sie sich bewusst, dass Sie in Ihre langfristige Zukunft investieren und bald die Fähigkeiten erwerben werden, die ein höheres Gehalt ermöglichen. Wenn Sie an Ihrem Finanzbudget arbeiten, dann achten Sie auf die Details und stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick haben. Mit der Acht der Münzen sind Sie bestrebt, Ihre Beziehungen zu verbessern und möchten, dass diese gut funktionieren. Es kann sein, dass Sie Ihren Lieben mehr Zeit widmen, oder es kann sogar sein, dass Sie sich professionelle Hilfe suchen, um Ihre Beziehungen zu anderen kontinuierlich zu verbessern. Sie haben keine Angst, sich anzustrengen. Wenn Sie auf der Suche nach Liebe sind, investieren Sie vielleicht Ihre Zeit in die ständige Selbstverbesserung und bilden sich weiter darin, wie Sie Liebe geben und empfangen können. Sie glauben fest daran, dass die Suche nach der richtigen Beziehung Vorbereitung erfordert. Sie sind auch entschlossen, alles zu tun, um den richtigen Partner zu finden und werden nicht aufgeben. Wenn Sie sich in einer festen Beziehung befinden, ist die Acht der Münzen ein positives Zeichen dafür, dass Sie sorgfältig daran arbeiten, dass diese Beziehung auf Dauer erfolgreich ist. Sie sind beide engagiert und wissen, was Sie tun müssen. Die Beziehung ist auf dem richtigen Weg. Haben Sie einfach Vertrauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!